Die Gleiter gegen Roses, er trägt wieder Schmachdorfer mit dem roten Mund, er ist für Kanski und ist ab in zwei Sekunden von vier Kilogramm schwer. Er hat Kanski-Klitzki von den Niederlager und ein Ohnenschädter, vier Sekunden vor Ort, er representiert Nassauk-Gewinnung in Türki und schuliere mit zweigäuligem Kultemeister. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020